Hier ist natürlich der unangenehmste Arbeitsplatz in unserer Firma, weil Sandstrahle, Sandstrahle bedeutet immer viel Staub und das sind solche Arbeiten, wo sich jeder draufläuft. Aber meistens haben wir das mit einem Tipp. Ja, innen spreche ich hier. Das ist ein Strahlkammergerät. Das ist ein Strahlkammer. Das ist ein Strahlkammer. Das ist ein Strahlkammer. Das ist ein Strahlkammer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020